Letztendlich ist das ganze Album Manufaktum 2 ein einziger großer Fanwunsch. Der klassische Dialog, den man bei unserem Merchandise-Stand hört, ist, ich möchte genau das Programm, was die Band jetzt gespielt hat, auf CD mit nach Hause nehmen. Und wir mussten einfach so oft sagen, sorry, tut uns leid, die Stücke haben wir noch gar nicht auf Platte. Gibt es noch gar nicht. Und die meisten Lieder, die jetzt auf der Manufaktum drauf sind, die gibt es nicht auf Silberlingen bei uns. Die gibt es eben nur da. Und das ist das, was es so speziell macht. Jemand, der Saltatio akustisch mag, kommt an der Platte nicht vorbei, weil wir werden die Dinger auch nicht als Studioversion aufnehmen. Die sollen live bleiben. Also, als ich jetzt die Aufnahme des ersten Mal Lime in Ruhe durchgehört habe, habe ich teilweise echt Gänsehaut. Es klappt einfach bei den Melodien und den Säcken. Also, es kommt einfach so authentisch rüber, wie es eben nur live sein kann. Also, es ist im Studio immer schwierig, so eine Stimmung einfach aufzunehmen. Das ist wie beim Auftritt. Da macht das richtig. Also, für mich sind tatsächlich immer besondere Momente, wenn du mitsinkst. Echt? Ja. Das ist wirklich total schlimm. Trotz oder wegen meiner Stimme? Trotz. Nein, wegen. Entschuldigung. Nein, Highlight nagt das nächste. Wir waren ziemlich enttäuscht, dass eine Audio-CD nur 78 Minuten maximal bespielte Zeit hat. Das heißt, wir mussten uns irgendwie zwangsweise entscheiden, einige Songs rauszulassen. Wir haben primär jetzt alle Songs rausgelassen, die es in ähnlicher Form auf der Manufaktum 1 schon gibt. Und alles, was drauf ist, ist neu. Ja, ich glaube, was den Fans wirklich gut gefallen wird, ist vor allem, dass im Vergleich zur ersten Manufaktum jetzt eben auch Akustik-Version von Boxstücken mit dabei sind, wie zum Beispiel Barulken oder Prometheus. Ja, und gerade Prometheus ist halt auch im Akustik-Set ein unheimlicher Song. Also, ich finde mir selber persönlich was besser als die Graus-Version. Ich bringe euch Feuer, die Kraft zu erkennen. Ich bringe euch Feuer, den Zaun der Götter auf die Welt. Ich bringe euch Feuer, die Kraft zu verbrennen. Ich bringe euch Feuer, um das Schönen vom Himmel fest. Ein ganz besonderes Lied gibt es natürlich, das jetzt drauf ist. Und zwar das Stück, was mit ein Grund ist, warum wir überhaupt diese Live-Platte gemacht haben, nämlich Le Corsair. Also dieses französische Stück. Sie hat diese Magic Moments. Das Duett zwischen Alea und William von Rapalje zum Beispiel. Wenn ich das höre, habe ich automatisch diesen Klos im Hals, den ich auch in dem Abend auf der Bühne hatte. Well, the wee birdies sing, and the wild flowers spring. And in sunshine, the waters are sleeping. Well, it's broken out, it cants nie second spring again. And the wee fool might cease in the greeting. So, you take the high road and I take the low road. And I'll be in Scotland before you. Where me and my true love will never meet again. On the bunny-bunny-bangs of the Glomband. Also, was ist toll an der Platte? Sie ist live. Sie ist live. Natürlich, sie ist live. Die Platte ist live. Und sie ist... Von schönen Männern gespielt. Auf jeden Fall. Und von schönen Männern aufgenommen. Von schönen Männern gemischt. Da ist toll drauf gesungen. Und toll drauf Dudelsack gespielt. Und geleiert ist auch toll drauf. Geleiert ist auch toll. Wenn es nicht vermessen wäre, würde ich sagen, die Platte heilt Krebs. Die heilt was? Die heilt Krebs. Krebs? Ja. Wieso? Weiß ich noch nicht. Aber bestimmt. Ach, sie heilt? Ja. Sie heilt, natürlich. Und ähm... Sie ist ein Beitrag zum Weltfrieden. Und würde diese Platte auf dem Weltklimagipfel gespielt werden, hätten die Leute keine Probleme mehr. Ja, wirklich. Sie ist deswegen ein Beitrag zum Weltfrieden, weil wenn alle Leute diese Platte hören, haben sie keine Zeit mehr Krieg zu führen. Ja, weil sie müssen tanzen. Sie müssen tanzen und singen und trinken. Und dann kann man wieder mit Körn mit dem Frosch kommen. Körn mit dem Frosch. Das ist der kleine Frosch. Der Grüne. Der Freund von mit Piggy. Ja schon, aber was hat der mit unserer Platte zu tun? Das allerschönste, was man auf der Welt tun kann, ist tanzen. Ja, stimmt. Zweifel mit im Frosch. Dreifeln mit im Frosch. Und dann werden wir beim Frosch. Und dann werden wir beim Frosch. T continuous는씨mühren. Jean-Michon der Tambour und Falk Irmenfried von Hasen-Mümmelstein bedanken sich recht herzlich beim Rollbrett e.V. Karlsruhe für die Geräuschuntermalung. Sie haben sich alle Mühe gegeben, unsere Interviewsequenzen mit gepflegtem Skateboardspiel zu untermalen. Zu untermalen, Dankeschön. Ja, finden wir super. Super.